hauptgebäude rathaus eine von kartell besetzte fischer da sind zivilisten passt genau auf wo ihr hinschießt ja wieso sagst du das die ich will mal kurz schauen ob die straße ganz frei ist ob das auch fallen würde befreien wir dir die einheimischen mal ok bin unterwegs das war die gute position ziel erfasst ok aufatmen ok wir haben noch wieso fahren die eigentlich hier rum und hier ist alles voller Feinde aber trotzdem machen wir es ist schon ein bisschen ja krass er machte das so ja was da ok dann schau ich noch mal wir wollen hier keine Ahnung ausfüllen das sind alles ziel Liste zwei Bunker ich habe ein ziel mit Maschinenpistolen ich habe ein ziel mit Maschinenpistolen da ist noch einer macht zehn da ist einer mit Maschinenpistolen hmmm können wir irgendwo hoch? soll das kommen? ja kann ich springen auf die Ziele achten da sind überall Zivilisten ja ich weiß ja ich weiß hmmm da sind ein paar Fiegel guten Tag guten Tag puuuuuh Uni Daffvogel im Anmarsch unten bleiben ah da muss ich aber erstmal warten das ist ja wirklich Helikopter hmm so hier sind fünf hier sind fünf ich gehe in Position ich brauche eine bessere Position Roger Ziel markiert hab kein Ziel mehr Ziel erfasst suche eine bessere Schusslinie Ziel erfasst Ziel verloren kann das Ziel nicht mehr sehen ich sehe das Ziel Roger Ziel erfasst Roger hab kein Ziel mehr Roger Ziel markiert Wieso muss der genau dann sein Ziel verlieren auf dein Befehl auf dein Befehl auf dein Befehl treffe an erledigt entdeckung verdammt wow Entschuldigung ich hab dich halt einfach durch ich bin auf dem Weg das habe ich gerade ja klar natürlich kommen die von beiden Seiten ach dammit Kichner am Boden na komm raus da und alles diese Seite ist sauber alles nur weil der eine im Bunker dann das sind das war nicht ja ja also war nicht gut weil ich fast gestorben wäre aber oh nice er könnte eine Formation sein ey ey hier ist dann der blanker Orden das ist ein schönes Souvenir so gibt es hier irgendwas also ein Fragezeichen aber sonst gibt es hier eigentlich äh ich schau mal kurz äh ich hab ja hier habe ich äh sechs Fähigkeiten ähm ich würde sagen ähm Schosswiderstand auf jeden Fall dann halte ich mir aus dann halte ich mir aus 4 und 4900 äh kein Schmerz was ist das nochmal verlängert die Dauer der Schadensresistenz nach der Wiederbelebung das ist gut und nochmal wenn ich wenn ich bis ich hier ähm 2400 hab ähm habe ich auch das ähm die 3 Fähigkeitspunkte wieder was ist da setze Drohne ein setze Drohne ein was ist da ich weiß ach weiß sorry ich höre nicht ein bisschen ah doch äh ich so so Mama Cocha ist eine Art Wasserköcken äh Göttin nicht Köchin haha äh die von Seeleuten und Fischern für Schutz und einen guten Fang angebildet wird in Bolivien ist sie mit den Flüssen und Seen in den Anden verbunden insgesamt insbesondere mit äh Tita Kaka ah Tita Titi Kaka See ah blöbble manchmal wird sie ja auch als äh die Frau von Vika Kuka bezeichnet dem Gott und Schöpfer aller Dinge aus vor vor Kolumbianischer Zeit Autsch äh mit ihm hatten sie zwei Kinder Enid die Sonne Mama Mama Kila den Mond Kila mhm äh äh in einigen Geschichten gehört auch äh Pak Mama Pak Mama zur Familie okay äh wir wissen von einem umgebauten Fischerboot nach Puerto Grande das als Kokainlabor benutzt wird finden und zerstören sie das Labor ich sehe ja noch ein Tango Tango Nummer drei soo ich werde äh 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 ja mit nem Helikopter ist das ein bisschen auffällig aber die checken deswegen oder warte mal was sind noch unser Helikopter da oben beim 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 Sportwagen so sauber sauber alles sauber ich weiß haben wir ein paar immer suchen wir hier nach informationen ne da gibt's keine so wir suchen hier nach nem Helikopter ich fliege so mal schauen aber immer die und die 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 Krass, das Ding. Ja, natürlich ist es ein Vater, ich bin. Noch ein dritter. Hier ist Ziel Nummer 5. Ja, die Leute sind echt, finde ich, gähnlich. Ein Scharfschützer. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe zehn, markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Ich sehe einen Scharfschützen. Scharfschützer, oben auf dem Turm. Ein Scharfschützer. Geh in Position. Ich brauche eine neue Position. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Tango getötet. Gut, gut, gut. Okay. Da gibt es anscheinend noch einen, den wir nicht entdeckt haben. Bei mir sammeln. Verstanden. In Bewegung. Die fangen gerade ein bisschen hin. Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Ich sehe das Ziel. Ziele fasst. Bin bereit. Ab ihn. Es sind zehn Sieger. Oh Gott. Das war mein Handy. Ich weiß nicht, ob das da ein Stein ist. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020